Heim auf Zeit für die Tunnelbauer. 50 Arbeiter wohnen nun im neuen Containerdorf. Sie bauen den Tunnel der A49 bei Frankenhain. Die Einrichtung ist einfach. Zwei Männer wohnen auf 15 Quadratmetern. Direkt an der Baustelle am Autobahnzubringer entsteht eine Maschinenhalle sowie eine Kantine und Büros. Alles nach dem Container-Baustein-Prinzip. Untertitelung des ZDF für funk, 2017